Görlitz Bahnhof. Grauenvoll. Die hässlichste Stadt, die es gibt und am Bahnhof wird man von etwas heruntergekommen, tippen nach Zigaretten oder Alkohol gefragt. Für Züge sicher? Okay, müsst ihr wissen. Ja, Bahnhofshalle schön und gut, aber Unterführung ist ranzig und gesamter Bahnhof ist aufgrund von Krakis ab 22 Uhr nicht mehr sicher beträgtbar. Es ist ein alter Bahnhof und Aufzüge sind vorhanden. Wenn man beim Fahrkattenschalter anrufen möchte, um eine Auskunft zu haben, kommt kein Anschluss unter dieser Nummer, die bei Google drin steht. Das müsste geändert werden.